Jo Leute, da geht's weiter mit einem neuen Part von Mario Kart Wii. Hab ja nur noch vier vor mir, dann ist der ganze Mist endlich vorbei. Und ich vergesse immer, welchen Cup wir nun machen müssen. Ich hab das einfach nicht draus. Spiegel. Muss mich wieder befreisen. Ja, wen haben wir denn jetzt? Daisy, genau. Oh, da kommt noch die Bowser-Familie hier. Oh, cool. Oh yeah, doofe Tussi hier. Mach Bike. Nee, Bistensturm. Na, ich nehm das Bike. Den Panzer Cup. Peach Beach. Eine Gamecube-Strecke. Von Double Dash. Ich glaub, das muss ich mir auch mal wieder zulegen. Oh yeah, Peach Stacey. Scheiße, wie das den Weg bau sah. Der vierten. Ja, genau. Oh, oh. Was war das? Das war gar nicht geplant. Na komm, versuch's doch. War rein. Scheiß Affe. Mal sehen, wie lange das hier gut geht. Mal ab, du grünes Teil. Im Moment läuft sogar sehr reibungslos, was mir nicht gefällt. Ich muss mir die komische Koopa da einfach abschießen. He he. Ich muss nämlich der komische Koopa da einfach abschießen. Wow. Wie schnell die scheiß Viecher doch sind die. Yes. Das war sehr unproblematisch, würde ich mal sagen. Das war äußerst nice, so kann es weitergehen. Hätte ich gar kein Problem mit, wenn es so weitergehen würde. Yoshi-Kaskaden, DS-Strecke. Vom DS bin ich ja nie gefahren. Auf jeden Fall geht es jetzt links rum, nicht mehr rechts. Das muss so scheiß Gruppe sein, ne? Nein, Daisy! Ich bin es nicht gewohnt, da rumzufahren. Das war jetzt echt eigenverschuldig. Daisy, komm, wir haben was aufzuholen. Wenn das jetzt auch schwierig wird. Ja, genau. Oh, ich hole dich noch. Großes Versprechen. Bye-bye. Wer führt dann? Ja, ich führe. Wer weiß, wie lange. Ja, ich darf es. Hä, wo ist Knochen-Bowser hingefahren? Ein West. Vierter gewonnen, der Knochen-Bowser. Ah, ich habe den auch gewonnen. Yay. Yoshis Letzter, oh. Armes Yoshi. Ich muss mich gerade so gar nicht aufregen. Das ist echt mal sehr nice. Die Strecken hier gehen ja auch noch so schwierigkeitsmäßig. Was heißt geht? Uhu. Uhu, regt mich nicht auf. Okay, die sind einfach. Boah, Diddy ist ja Zweiter. Cool. Er war eben Letzter auf der Strecke, habe ich gesehen. Hey, hey. Schon vorher abgeprallt. Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Was ist das Resultat? Ich weiß nicht, ob ich hier muss, weil ich auf Spiegel ja so gut fahren kann. Er ist eingeboren, tot. Ey, cool. Wenn ihr mich immer so in Ruhe lasst, bin ich ja sehr froh. Diddy hatte mehr Rückstand als das. Das steht fest. Aber ist ja egal. Und toll ist Diddy die Fünfte in der Gesamtwertung. Cool, dass ich hier meine Ruhe habe. Die ganzen Rennen waren eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Was ich nicht gewohnt bin. Ich kann mich erinnern, dass die mir immer Schwierigkeiten gemacht hat. Fahr doch nicht da rein. Genau. Hier, da kriegst du einen aufs Maulknochen-Bowser. Oh, nein. Boah, Alter. Hallo. Lass mich doch mal in Ruhe. Wieder kein Item. Oh, wieder fix ich, Bowser. Ah, ja genau. Ich habe fast darüber fahren. Dein scheiß blöden Witz hier. Sternen-Scheiß. Oh, Mann. Bowser, du näherst. Oh, scheiß Sache. Ah, gib mir doch mal aus dem Weg, Idioten. Yoshi, hallo. Jetzt fäll ich mit einer Banane. Hast du einen Arsch auf. So. So. So, wie sie es gehört, ne, Leute. Cooper ist es weiter. Das habe ich irgendwie gewusst. Fahr doch, Marai, Idiot. Fahr doch, Marai, Idiot. In meine Banane. In zwei Bananen. Hm. Oh, ja. Komm. Los, Daisy. Los, Daisy. Los, Daisy. Los, Daisy. Das Pau. Der Pau-Block macht da eigentlich keine Schwierigkeiten mehr. Wenn man in einem richtigen Moment nach oben zieht mit der Wii-Fan-Bedienung, dann macht dann das nicht so viel aus. Das müsste man eigentlich wissen. Wie hat sie den getroffen? Winner! Yeah, Mann, ist das... Das war echt easy. Vor allem war der Part jetzt relativ kurz. Also, krass. Alle Strecken gewonnen. Dann müsste ich doch bessere Sternenlings kriegen, als ich vorher hatte. Da, 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 da. Ich habe nur noch drei vor mir. Ihr auch noch. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann.